Das ist die nächste Folge meiner XA Weekly News. Wir sind an Kalenderwoche 43 2024. Ja, ist nicht mehr lange. Alles wird schon kühler jetzt. Alles ist ein bisschen dunkler draußen und so. Aber mir gefällt es. Ihr kennt mich ja. Also die, die mich kennen, das ist genau meine Jahreszeit. Ja, aber Leute, aber ich muss wirklich auch zugeben, dass dieses Jahr auch im Sommer, zumindest jetzt, wenn ich so über meinen Kanal hier nachdenke, über meine Arbeit, die ich mache, unfassbar erfolgreich war. Ja, also das normalerweise hatte ich immer im Sommer, ja, sag ich mal so eine Flaute, wo ich gedacht habe, boah, nee, das kann doch alles nicht sein. Ich mache Videos und gefühlt nur ein paar Leute gucken das und niemand interessiert sich für alles und so. Und ich war, ich habe wirklich in vielen Jahren oft überlegt, ja, jetzt lässt es einfach sein, jetzt reicht es aber, ne. Aber dieses Jahr ist komplett vom Januar bis jetzt durch immer was zu tun, immer irgendwas Cooles. und, und, äh, auch der Kanal ist nie so wirklich nach unten irgendwie gegangen oder irgendwas. Super, ne. Also ich bin absolut, das war das beste Jahr bisher seit meiner YouTube-Karriere, Karriere, nennt man das so? Keine Ahnung, äh, 2016 habe ich ja angefangen, ne. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr erfreut dieses Jahr, ne. Ich habe sogar so viel zu tun, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich, wie ich es alles schaffen soll. Also wirklich nicht annähernd schaffe ich das. Ich habe ja immer so eine To-Do-Liste, die kann ich mittlerweile, glaube ich, dreimal runterscrollen. Also, ne, an die Leute, die, die mir immer sagen, kannst du das mal zeigen, kannst du das mal zeigen, wo ich dann schreibe, ja, kann ich machen. Das, das ist zwar alles auf meiner To-Do-Liste, aber ich weiß halt nicht, wann ich das alles schaffen soll, ne. Muss ich, muss ich sagen, ich bräuchte drei Mitarbeiter, ich bräuchte auch irgendwann einen, der meine Videos vielleicht mal mitbearbeitet, der meine Vorschau-Bilder erstellt, irgend sowas, ja. Also, falls ihr irgendjemanden kennt, ähm, der mir, der das, würde ich mich freuen und so, ne. Das ist, äh, alles nicht mehr schaffbar alleine. Und das ist ein gutes Zeichen. So viel dazu, ja, Wetterbericht kühl, ja. Ja, also, da, und, und, ne, bevor ich es vergesse, das habe ich, wem zu verdanken? Euch. Sonst niemandem, ja. Sonst habe ich das keinem zu verdanken und das, ähm, werde ich immer respektieren, egal, wie, wie, wo die Reise hingeht, ne. Das werde ich immer im Hinterkopf behalten. Nur durch euch konnte das alles so groß enden, äh, was heißt enden, ne. So groß werden, ja, und, und so krass werden. Und, und da bin ich euch, jedem Einzelnen von euch, der hier zuguckt, der mich abonniert hat, der mich liked, der Kommentare schreibt, bin ich unfassbar dankbar, ja. Also, supergeil. So, äh, was war das nochmal für ein Video? Weekly News, ne? Hey, ich, 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 ich bin, weiß nicht, ich bin manchmal irgendwie so im, komme ich so in das, in den Redeschwall rein, dass ich das eigentliche Thema gar nicht mehr. Ja, es geht auf jeden Fall wieder um XR-Hardware-Spiele, Releases und Sales. Vielen Dank auch an meine Sponsoren, Woodghost VR, Upper Man Events, Virtual Escape und Virtual Race in der Basel. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Ja, das Sichtfeld, sogenanntes Field of View von VR-Brillen, ist ja immer was, was, ja, heiß diskutiert wird. Manchen ist es egal, manchen ist es nicht egal. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan davon, weil aufgrund meiner komischen Kopfform ich immer ein viel kleineres Sichtfeld habe als viele andere. Deswegen bevorzuge ich Brillen mit einem riesigen, riesigen Sichtfeld. Bei Meta ist es ja immer so, dass die eher so im, ja, sagen wir mal höchstens im mittleren Bereich sind vom Sichtfeld. Ja, also 110 Grad Maximum, für mich sowieso weniger. Und ich habe mir immer gewünscht, dass Meta vielleicht mal ein Headset mit größerem Sichtfeld auf den Markt bringt. Ja, guck mal, was hier gepostet wurde vom Meta-CTO Andrew Bursworth. Und der sitzt hier mit irgendeinem Headset, weiß der Geier, was das ist. Logischerweise ein Prototyp von Meta. Und wenn man sich das mal genau anschaut, guck mal hier, ja, das sieht mal nach einer fetten Linse aus. Und anscheinend schrauben die an irgendwas rum, was solche Linsen hat. Und wenn du dir überlegst, die gehen bis zur Seite hier, da wirst du natürlich ein ordentliches Sichtfeld haben. Prototyp heißt natürlich um Gottes Willen nicht, dass das irgendwann auf den Markt kommt, leider. Also so weit sind wir leider noch nicht. Aber dass Meta an einem Headset testet, probiert, was offensichtlich riesige Linsen hat, ist eigentlich schon mal geil. Das ist wirklich geil. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier eine Quest 4 ist oder irgendwas. Das kann man gar nicht so sagen. Das ist wahrscheinlich überhaupt kein bestimmtes Headset irgendwie, was später schon geplant ist. Aber total geil. Weil eigentlich hat, ich glaube, er war das selber, Andrew Bursworth. Der hat damals mal gesagt, mit großem Sichtfeld, ich glaube, der hat das 2022 gesagt, mit großem Sichtfeld, da opfert man zu viel Leistung. Ja, weil du musst natürlich die zusätzlichen Pixel, die an den Seiten noch erscheinen, berechnen. Und dadurch wird die Brille nicht mehr so leistungsstark, weil die halt den Rest berechnen muss. Ist klar, klingt logisch, klingt vernünftig. Meta will ja auch nicht irgendwie eine Brille rausbringen, wo die Performance irgendwie leidet oder so. Anderen ist es egal, die opfern das tatsächlich. Pimax zum Beispiel hat ja damals mit den 8K und 8KX-Brillen das rausgebracht. Da hat man schon gemerkt, boah, die Leistung geht ordentlich runter. Aber dafür hattest du halt ein großes Sichtfeld. Und da muss man jetzt halt gucken. Andrew Bursworth hat selber gesagt, er persönlich findet es wichtiger, vertikales, größeres Sichtfeld zu haben, anstatt horizontales. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil bei mir ist es umgekehrt. Ich mag lieber ein vertikales Sichtfeld lieber. Aber gut, das muss man, muss jeder natürlich selber dann gucken. Aber dieses Ding hier ist interessant. Und ja, ich würde es gern testen. Und nein, ich werde es wahrscheinlich nicht testen können. Schade, schade, boah, ich würde es so gern beim Meta da in den Laboren sein. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, da habe ich so Bock drauf. Naja, es wird wohl ein Traum bleiben, aber na gut. Ich habe ja, ich habe schon VR-Labore gesehen. Also so ist das ja nicht. Zum Beispiel, mein Highlight ist immer noch in Prag bei den VR-Geneers. Wahnsinn. Die haben mir wirklich Sachen gezeigt. Da habe ich einfach nur gestaunt. Ja, die ganzen Labore, wie die einzelnen Platinen da liegen und in verschiedenen Versionen, wie die Linsen mit irgendwelchen Geräten getestet werden. Geil. Also da muss ich nochmal dem Marek Polczak danken, dass er mich da eingeladen hat. Und natürlich dem Arthur von Somnium Space. Die haben mir da so krasse Einblicke ermöglicht. Das war... Und ich bin ja immer wieder dort. Also das ist ein Traum. Und das würde ich natürlich beim Meta auch gerne machen. Aber ja, klar, so eine riesige Firma, die lassen sich natürlich nicht so gern da so tief in die Karten gucken. Wobei ich aber trotzdem cool finde, dass die neuerdings dann doch relativ offen sind. Und ja, die ganzen, ja, Prototypen so präsentieren. Das finde ich schon total geil. Aber gut, schauen wir mal. Ich bin gespannt, was da kommt. Wir werden sehen. Ein sehr beliebtes VR-Multiplayer-Horrorspiel oder Koop, sagen wir mal eher. Und zwar Phasmophobia. Das kommt zur PlayStation VR 2. Ja, total krass. Weil viele haben mich immer gefragt, ja, kommt es denn irgendwann mal für die PlayStation VR 2? Ja, und zwar gerade noch so vor Halloween, also sehr pünktlich am 29. Oktober 2024. Da könnt ihr zocken auf eurer PlayStation VR 2. Kommt übrigens auch auf die Non-VR, auf die PS5 und auf die Xbox-Konsolen. Aber das ist ja hier für uns jetzt ein bisschen irrelevant. Das ist ja auch ein ultra krasser Unterschied, ja. Also so ein Horrorspiel auf einem Flat-Monitor und dann mit VR verglichen. Das sind, man kann doch nicht mal sagen, Himmel- und Hölle-Unterschied. Das ist noch größer, ja. Das ist überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Und alle, die immer sagen, ja, VR und so, das ist ja Quatsch, ne. Also du musst mal ein Horrorspiel in VR zocken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Da reißt es dir den Arsch auf, ja. Wirklich. Die, die es gemacht haben, wissen, wovon ich rede, ne. Das ist schon wirklich eine ganz andere Kategorie. Und, ja, jetzt könnt ihr es auf der PlayStation VR 2 zocken. Aber auch hier, man muss es auch wieder sagen, jetzt haben wir wieder ein neues Spiel für die, ein neues Spiel für die PlayStation VR 2, was aber schon Ewigkeiten für andere Plattformen raus ist, ne. Da ist kaum irgendwas auf der PlayStation VR 2, wo du sagst, okay, ja, cool, ne. Das ist ja mal was ganz Geiles, Neues gibt's kaum, ne. Und deswegen, nochmal, warum kommt kein PS VR 2 Content auf meinem Kanal? Weil es einfach nichts gibt, was es nicht vorher schon tausendmal woanders gab, ja. Was soll ich denn jetzt schon wieder irgendein Spiel zeigen, was es schon Ewigkeiten vorher gab? Ich zeige meist, also in den seltensten Fällen zeige ich ein Spiel zweimal auf meinem Kanal. Das macht einfach keinen Sinn, weil es ja genau derselbe Inhalt ist, ja. Und deswegen gibt's halt auf meinem Kanal kein PlayStation VR 2 Content im Moment. Na, klar, wenn irgendwas rauskommt, bin ich natürlich am Start, aber, äh, also, zumindest exklusiv oder irgend sowas, ja. Aber so ist es schade natürlich, ne. Also, Sony muss da, also, die haben, die haben das so verkackt, ja. Schade, weil das Headset ist ja gut und alles. Die PlayStation 5 liefert ja auch die Pro und auch, die liefern ja alle viel Leistung. Da, da hätte man so viel draus machen können, aber sie haben es einfach gar nicht gepusht. Nix, null, nada, ja. Und dann vergleicht das mal mit Meta, wie hart die reinpushen, wie hart die in VR reinpushen, ja. Das ist schon Wahnsinn, also, unglaublich. Naja, auf jeden Fall könnt ihr es dann zocken auf der PlayStation VR 2. So ein Fall wie hier habe ich auch selten gesehen. Das ist schon krass. Normalerweise ist es ja immer so, dass irgendein Flat-Spiel rauskommt und, ja, dann zocken die Leute das erstmal in der Flat-Version, also am PC, am Monitor oder auf der Konsole. Und dann irgendwann kommt VR-Support. Wenn man Glück hat, ne, in ganz wenigen Fällen tun die Entwickler dann VR-Support. In diesem Fall entfernen die Entwickler den VR-Support. Das ist ja insane, oder? Minecraft, gar nicht mal ein Spiel, was so unbekannt ist, ja. Da wird tatsächlich jetzt mit der neuen Version der PC VR-Support entfernt. Was ein Desaster, was eine Klatsche, ja. Also, und von welcher Firma kommt das? Microsoft. Microsoft. Ich war immer ein riesiger Fan von Microsoft, ja. Muss ich sagen, also Windows fand ich immer geil, ne. Keine Ahnung. Ich hab immer gern damit gearbeitet, hab immer alles funktioniert, meistens zumindest und so, ne. Aber, aber was die in letzter Zeit machen, durch die Reihe versagen die ja in ganzer Linie überall, ja. Egal, also nicht nur VR, ne. Auch Konsolen, ich mein, Xbox, wenn du das mit der Playstation vergleichst, um Gottes Willen. Ja, das ist ja ein Desaster von den Marktzahlen, ja. Und, äh, weiß ich nicht, auch, auch alles andere. Hier, Mixed Reality, Windows Mixed Reality-Brillen, einfach gekillt, ja. Was ist denn mit denen los? Was ist denn nur mit denen los? Also, ich bin da gar nicht mehr auf Microsoft-Linie. Ich benutze Windows auch nur noch, weil es eh nicht anders geht, ne. Und nein, ich benutze kein Linux, weil ich davon keinen Schimmer habe. Und weil da eh nichts supportet wird, fast, ja. Kann ich mein Videozeug ja gar nicht machen. Aber, äh, gern mache ich es nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ne. Also, Minecraft jetzt zu killen, einfach, äh, ich meine, es gibt ja noch die Möglichkeiten, am PC kannst du ja noch dieses Vivecraft, das ist ja eine inoffizielle Mod, und auf der Quest kannst du Questcraft nutzen. Also, da geht es natürlich dann doch noch. Aber, das hier ist schon ein ganz harter Shit. Und, zwei Daumen runter für Microsoft. Wenn ich noch mehr hätte, würde ich noch mehr runtergeben. Unfassbar. Stoppt Apple die Produktion der Apple Vision Pro, weil es einfach niemand mehr kauft? Sieht so aus, ja. Ähm, ja, wenn man hier so einen Report von The Information anschaut, die sind ja dann doch sehr gut informiert, ja. Und, ähm, die sagen, okay, Microsoft, ach, Microsoft sage ich jetzt schon, ja, die, Apple, ja. Ähm, die haben anscheinend irgendwie genug Komponenten für ungefähr 600.000 Headsets, haben aber bisher nur ungefähr, also die Zahlen sind nicht offiziell, 370.000, äh, Geräte verkauft. Und das ist ja weit runter. Und deswegen munkelt man jetzt, die stellen einfach die Produktion zumindest erst mal ein. Ja, weil einfach viel weniger verkauft werden als geplant. Und, äh, ja, das ist halt irgendwie klar. Ja, also, 3.500 Dollar oder bei uns 4.000 Euro, das ist halt Quatsch, ne. Also, ja, seien wir mal ganz ehrlich. Ich meine, nach wie vor, ich mag das Ding, ja. Ich hab's getestet. Es ist schon geil. Aber, das ist halt viel zu teuer für das, was es kann, ne. Du kannst halt mit der, mit der Quest 3S, die 329 Euro kostet, viel mehr machen, ja. Klar ist das Display nicht annähernd so geil und so, aber trotzdem, also, das ist in gar keine, die Apple Vision Pro ist in keinerlei Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, wenn du, wenn du ein Preis-Leistungs-Verhältnis für die Vision Pro geben solltest, äh, wobei 1 das schlechteste, 10 das beste ist, dann würde ich sagen, 0, ja. Es ist halt einfach so, ja. Und das ist halt völliger Mumpitz. Äh, ja, aber ich meine, Tim Cook himself hat ja gesagt, das ist ein Early Adopter-Produkt, das ist jetzt überhaupt nicht für den Massenmarkt und so, aber selbst diese Erwartungen wurden noch unterboten, ja, und deswegen hoffe ich, also ich, ich, ich gönne Apple gar nicht, dass sie damit, äh, keinen Erfolg haben. Also, ich gönne denen natürlich schon, dass die, dass das klappt, aber mit dem wird's halt, mit dem Headset wird's nicht klappen. Deswegen hoffe ich, dass es später mit dem Non-Pro-Headset, wie auch immer das sein soll, was ja 2.000 oder weniger kosten soll, da könnte es dann vielleicht klappen, ja. Ja, ich hoffe es. Und das werde ich mir dann auch versprochen dann auch besorgen. Ja, und, 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 äh, hier zu Hause dann testen. Ich bin gespannt, aber, ja, im Moment sieht's nicht so gut aus. Shattered. Guckt euch das mal an. Das sieht ja mal mega cool aus, wenn man Mixed-Reality-Fan ist. Das muss man natürlich immer sagen. Also, die sind ja im echten Wohnzimmer und die haben dann hier irgendwelche Sachen platziert in der echten Umgebung und können dann Horror-Mixed-Reality machen. Also, das, das ist ja für mich ein Traum, ja. Weil ich persönlich, ich weiß, dass viele von euch das anders denken, ich persönlich bin ein Riesen-Fan von Mixed-Reality, wisst ihr ja, vielleicht dann. Und, und auch von Horror. Also, da hab ich richtig Bock drauf, ja. Und, äh, deswegen werde ich das auf jeden Fall zocken. Kommt für Quest 3 und Quest 3S raus im Dezember schon, ja. Im Dezember. Gibt's ja eigentlich schon ein genaueres, ne, genau, ein genaues Datum gibt's halt noch nicht, ne. Aber das könnte wirklich mega cool werden. Zumindest, also für Leute, die so ticken wie ich dann, das, das werde ich auf jeden Fall zeigen, ja. Und, ähm, da bin ich mal gespannt. Jetzt fragen sich einige, warum kommt das nicht für die Quest 2 raus? Äh, weil die Quest 2 ein absolut beschissenes Pass-Through hat. Das ist schwarz-weiß und sieht aus wie direkt aus der Hölle, ja. Also, es ist, da kann ich schon locker verstehen, dass es nur für Quest 3 und Quest 3S rauskommt. Weil da halt die Pass-Through-Ansicht, also die Mixed-Reality-Ansicht, Milliarden-mal besser ist, ja. Geil. Wishlist now. Ja, äh, achso. Ihr könnt, glaube ich, das auch, könnt ihr das schon über meinen Link kaufen? Ich tue den Link einfach mal, wenn ich den, also ich kriege nicht immer diese 10% Coupon-Links so früh, ja. Äh, aber irgendwann kriege ich die halt. Ich weiß nicht, ich gucke mal, wenn ich das finde, tue ich das in die Beschreibung. Wenn nicht, spätestens zum Release oder wenn ich das Spiel bekomme, kriegt ihr wieder die 10%, ne. Ich finde das eigentlich total geil, dass Meta das macht, ne. Also, einer hat mal unter, in die Kommentare reingeschrieben, das ist ja eine super tolle Win-Win-Situation, ne. Also, ähm, wir haben nämlich beide was davon. Ich kriege ja auch immer irgendwie so ein bisschen Affiliate, ähm, Kohle. Das heißt, ihr supportet den Kanal und ihr spart dann noch 10% selber. Also, das ist halt wieder, wo ich sage, das ist doch geil, dass Meta sowas macht, ne, dass die das so pushen, ähm, das ist halt eine Win-Win-Situation. Gut, für die, die verlieren natürlich die Kohle, die sie an mich zahlen müssen und an euch verlieren, aber das ist ja uns egal, ne. Also, das juckt uns ja einen Scheiß, ne, sag ich jetzt mal. Und, äh, das ist eine tolle Sache. Also, ich muss wirklich sagen, also, Meta gefällt mir eigentlich immer besser, ja. Wie die das so im Hintergrund alles ziehen, machen, tun, ja. Und das, obwohl ich am Anfang gar kein Meta-Fan war. Ja, die, die ganz früh schon dabei waren, 2016 auf meinem Kanal, die wissen, wovon ich rede, ja. Aber das hat sich komplett geändert, da meine Ansicht. Aber ist ja auch okay, ne, Ansichten können sich auch ändern. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Spiel. Shattered. Ja, normalerweise rede ich ja nicht über einzelne Releases in einem separaten Bereich jetzt hier von, von den Weekly News. Aber das hier war wirklich krass. Also, so, so einen Hype, äh, habe ich selten erlebt. Also, ich habe zwar schon damit gerechnet, dass das Spiel gut ankommt und dass viele das so auch holen. Aber das ist krass. Ich meine, ihr habt ja alle meinen Link gehabt, ne, diesen 10%-Link und alles. Und ich kann ja auch sehen, wie viele Leute, oder, oder zumindest im Verhältnis, wie viele da reinklinken. Und das war, ist explodiert. Also, wirklich, bam, also so richtig explodiert im Gegensatz zu allem anderen. Und, äh, ich, das ist tatsächlich auch gerechtfertigt, ne. Also, ich muss sagen, das Spiel ist geil. Und das werde ich auch definitiv privat durchzocken, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ähm, und, also, manche Leute haben drunter geschrieben, ah, das sieht ja richtig schlecht aus und das flimmert und all so ein Zeug. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch wirklich Quatsch, ja. Also, ich meine, ich hab's ja, ich seh's ja selber, ich hab ja keine Symptomaten auf den Augen. Ne, wir müssen, ich weiß ja nicht, woher die Leute kommen, die das, die das geschrieben haben. Wahrscheinlich haben sie irgendwie, äh, den Flugsimulator gezockt mit, mit einer RTX 4090 und einem weißer Geier-PC vorher. Ja, äh, ja klar, wenn du das vorher so gezockt hast und dann das Spiel siehst auf einer Standalone-Brille, ja, mein Gott, dann flimmern halt die Kanten und so ein bisschen, ja. Aber ihr müsst doch mal bedenken, auf welcher Plattform wir das zocken. Wir zocken das auf einer Meta Quest 3S, also die geringste Version, mit der du zocken kannst, die kostet 329 Euro. So, und da muss man doch mal im Hinterkopf behalten, dass du mit einer 329 Euro Standalone-Brille und nichts anderes brauchst, sowas Krasses zocken kannst. Also, da muss man doch irgendwo mal auch so ein bisschen den Meta-Hass, äh, kurz vergessen. Klar, ich weiß, dass viele Leute Meta-Kacke finden und so, aber ich find ja auch Apple eigentlich nicht so geil. Also, bin ich überhaupt kein Apple-Fan und die Vision Pro gefällt mir trotzdem, ja. Da muss man auch mal so manchmal über seinen Schatten ein bisschen springen und, und, und das ist einfach geil. Dieses Spiel ist einfach geil und der ganze, äh, Quest-Kram ist auch geil. Da, da führt kein Weg einfach dran vorbei. Das muss man halt auch einfach mal irgendwann sehen, ja. Und, aber abgesehen davon, die meisten Leute sind einig mit mir, dass das Spiel geil ist, ne. Also, das, das muss ich ja dann doch schon sagen, ne. Also, locker 95% der Leute, die geschrieben haben, sagen, das ist geil und, und die mir dann auch geschrieben haben und weiß der Geier, ne. Und, Leute, das, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, das Spiel dürft ihr nicht verpassen, ja. Das ist so toll gemacht, die ganze Atmosphäre und so. Übrigens ist das auch richtig, äh, krass vom, vom, äh, vom Kampf, ja, und so, ne. Das kannst du schon quasi als Fitness-App benutzen, ne. Also, ich war so geschwitzt nach den ganzen Kämpfen, muss ich mir, zack, zack, links, rechts, ding, dang, dong, und so, ne. Und, äh, und, und, und übrigens, was mir auch viele berichtet haben, die haben die, in die Wand geprügelt. Also, Leute, ihr müsst bei dem Spiel auch ein bisschen vorsichtig sein. Weil, okay, das hätte ich vielleicht im Review auch erwähnen müssen, das habe ich leider vergessen. Also, das Spiel ist ein bisschen gefährlich, weil du halt so viel ausholen musst und schlagen musst. Leute, seid euch sicher, dass ihr bitte die Grenzen vorher setzt und weit genug von der Wand weg seid, bitte, ja. Weil ich habe, äh, blutige Finger gesehen von Leuten, ähm, die, die sich da, äh, verletzt haben, weil sie gegen die Wand geschlagen haben, weil du halt so viel ausholen musst. Also, Leute, bitte, also, jetzt kein Scheiß, ne. Also, wirklich weit von der Wand weg, ne, dass, dass ihr dann so ein, äh, auch ausholen könnt und auch mal wirklich den, den Arm ganz gerade ausschrecken könnt, damit, ohne dass ihr gegen die Wand schlagt. Das ist schon ein bisschen wichtig bei dem Spiel, ja. Aber dann habt ihr wirklich eine geile Erfahrung. Also, ich würde, ich würde sogar so weit gehen in diesem Fall, dass ich sage, es lohnt sich, die Meta Quest 3S nur für dieses Spiel zu kaufen. Ne, genau wie Half-Life Alyx für PC VR, das ist ein Spiel, ähm, wo es sich lohnt, eine VR-Brille zu kaufen. Und zwar, ja, wenn ihr nicht so viel Kohle habt, halt die Quest 3S, wenn ihr ein bisschen mehr Kohle habt, die Quest 3. Ist meine Meinung, ja. Einfach geil, tolles Spiel, ne. Also, das, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und, ähm, ähm, achso, ja, das kriegt ihr, ich, ich, ich vergesse laufend zu erwähnen, ihr kriegt es ja umsonst dazu noch, wenn ihr die Brille kauft. Das macht die Sache sogar noch krasser, ne. Also, wenn ihr die Quest 3S kauft oder die Quest 3, kriegt ihr das ja ohnehin umsonst, das Spiel. Und das ist schon wirklich toll, ne. Also, falls ihr jetzt immer noch nicht, äh, eine VR-Brille habt und drüber nachdenkt, ich tue auch wieder den Link in die Beschreibung, da kriegt ihr nämlich nochmal 30 Euro Guthaben dazu. Aber nur, wenn ihr über meinen Link geht halt, ne, äh, für, ähm, Spiele, für andere Spiele noch, äh, die kriegt ihr dann, wenn ihr die Brille aktiviert habt. Also, und, äh, wenn ihr, wenn ihr die Brille schon habt und einfach nur 10% haben wollt auf das Spiel, tue ich den Link auch in die Beschreibung. Also, Leute, wirklich, das, das sage ich jetzt aus reinster Überzeugung, das, das ist ein Must-Have, das Spiel. Auch als Nicht-Batman-Fan. Ich bin kein Batman-Fan, ja, und finde es trotzdem geil. Und, 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 dieser ganze Hype, die, dass die Leute, was sie schreiben und was überall losgeht, das, das bestätigt das ja auch nochmal, ne. Auf jeden Fall. Also, seht zu, dass ihr das zockt. Ein sehr, sehr beliebtes Spiel, was ich ja vor kurzem auch auf PC VR gezeigt habe. Und zwar das finale Update von Blade & Sorcery, wo dann auch diese Story, diese Crystal Hunt und alles dabei war. Die, das Video ist übrigens sehr, sehr gut angekommen. Viele Leute fanden das richtig toll. Und es ist ja auch ein super tolles Update zu Blade & Sorcery. Und, äh, da haben aber viele gefragt, wann kommt denn endlich die Quest-Version mit dem Update, ja. Und da habe ich damals gesagt, die Entwickler meinten, irgendwann später dieses Jahr. Und tatsächlich, das ist jetzt soweit. Ähm, die Quest-Version heißt ja Blade & Sorcery Nomad. Also, die hat ein bisschen anderen Namen. Aber die kriegt jetzt auch die ganzen Sachen, ne. Das finale 1.0-Update mit der Crystal Hunt und, äh, der explosiven Map und all so ein Zeug, die ich vorher nur für den PC gab. Und das kommt jetzt endlich raus. Und zwar, wir haben es hier am 28. Oktober. Ja. Cool, oder? Das ist richtig krass. Kostet aber dann 30 Dollar, ne. Das kostet 30, ich glaube es, warte mal, wir gucken mal ganz kurz, was es jetzt kostet. Oh, ho, ho. Es kostet 20 Euro noch. Und das Update ist ja dann umsonst. Also, ich würde sagen, Leute, das ist ganz schön knapp. Also, wenn ihr da Interesse dran habt, und ich sage euch, das Spiel ist geil, wirklich. Dann kauft es jetzt noch vor dem 28. Ja. Also, wenn ihr die Weekly News seht, dann wird es schon knapp. Ähm, kauft das so schnell wie möglich, würde ich sagen. Da tue ich auch noch, auch noch den Link in die Beschreibung und im ersten angepinnten Kommentar. Da kriegt ihr nämlich nochmal 10 Prozent, und zwar noch auf die 19,99. Dann spart ihr noch mehr. Und dann irgendwann, am 28. kostet es dann 30 Dollar, 30 Euro wahrscheinlich. Da müsst ihr schnell sein, ne. Also, das muss man ja nicht verschenken, die Kohle. Ähm, wenn ihr es eh schon habt, ist ja egal, ne. Dann kriegt ihr das Update sowieso. Aber wenn ihr es noch nicht habt, dann wird es definitiv jetzt Zeit. Also, das, gut, dass mir das jetzt gerade noch aufgefallen ist. Das ist ja nicht mehr lange, ne. Also, guckt euch, guckt euch vielleicht noch mein Video von der PC-VR-Version an. Dann seht ihr jetzt schon mal den Content, um was es geht. Diese Crystal Hunt, super toll gemacht, ne. Tue ich alles in die Beschreibung. Geil. Ein VR-Spiel, wo ich mich mega, mega drauf freue, auch, ist Arkham Age. Das ist ein Singleplayer-Action-Abenteuer, was zumindest hier in den Videos unfassbar gut aussieht. Und wir haben dann auch verschiedene Locations, wo wir sind. Also, Abwechslung. Dann haben wir auch viel Erkundung, Loot, Kämpfe natürlich auch, Quests und all sowas. Also, in meinen Augen genau das, was wir brauchen. Und das Spiel kommt, wann war es? Am 16. Januar schon 2025. Aber, Leute, an alle, die eine Quest haben, sorry. Das gibt es nicht standalone für die Quests, sondern es gibt es nur für PC-VR und Playstation-VR 2. Trotzdem könnt ihr das natürlich mit der Meta-Quest und auch mit der Pico und so zocken, wenn ihr sie an den PC, an den Gaming-PC anschließt. Das geht dann auch. Und da freue ich mich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall zeigen. Und da hoffe ich mal, dass wir nochmal ein schönes Singleplayer-Action-Abenteuer haben. Arkham Age. Ja, im Moment ist ja auf den Quest-Plattformen Red Matter 2 das Nonplusultra, was Grafik angeht. Und jetzt ist aber Red Matter 1 auch geupdatet worden für Quest 3 und Quest 3S. Also, es hat ein großes Grafik-Update bekommen und sieht jetzt im Prinzip nicht mehr schlechter aus als Red Matter 2. Und logischerweise kriegt ihr das Update umsonst. Also, wenn ihr das Spiel schon habt, dann könnt ihr das jetzt mit dem Update zocken. Aber nur auf Quest 3 und Quest 3S, weil die halt den stärkeren Prozessor haben. Und ja, also diese beiden Spiele, also Red Matter 1 und 2, sind in meinen Augen auch Pflicht. Also, es ist wirklich Pflicht super geil gemacht. Also, nicht nur, weil die Grafik so geil ist, sondern auch, weil das Gameplay toll ist. Die Puzzles und die Szenen und alles. Die Story gut gemacht. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Auch da natürlich wieder 10% Coupon-Code, damit ihr die nochmal spart. In der Beschreibung und im ersten angebenden Kommentar. Das ist natürlich auch wichtig. Und dann könnt ihr sowas Geiles auf jeden Fall zocken. So, schauen wir uns noch die Releases an diese Woche. Auf Steam haben wir Showless Night. Ja, das ist so ein bisschen Halloween-Style Action-Abenteuer, dass ihr zocken könnt. Und dann haben wir Maestro, ja, das ist ein, wir sind ein quasi ein Dirigent in einem Opernhaus. Ich weiß, Leute, das Spiel muss ich noch auf meinem Kanal zeigen. Ich habe einfach so viel auf der Liste. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, ich, ich, irgendwann zeige ich es, aber ich kann es einfach nicht, nicht hexen. Ja, also, keine Ahnung, ich bräuchte irgendwie einen 48-Stunden-Tag, damit ich das alles irgendwie schaffe. Was aber ein gutes Zeichen ist, Leute. Es gab auch schon Zeiten, wo ich gedacht habe, da kommt irgendwie nichts. Und jetzt ist es so viel, dass ich, keine Ahnung, ich zeige es aber irgendwann noch. Biofusion ist ein Action-Spiel mit so ein bisschen Tower-Defense-Style. Dann haben wir Mudrunner, das habe ich, glaube ich, auf der Quest gezeigt. Gibt es jetzt für PC VR. Ich fand es cool, ganz cool gemacht, ja. Dann haben wir Motion Soccer, das ist Fußball und zwar mit Support von Full-Body-Tracking. Das heißt, ihr könnt auch wirklich treten und so. Dann Kebab-Simulator. Also, wenn ihr schon mal einen Döner machen wolltet in VR, können wir das jetzt mal, ich glaube, das muss ich zocken, oder? Jetzt muss ich eigentlich zocken. Das ist so bekloppt. Ich gucke mal. Und dann Escaping Darkness, das ist ein VR-Horror-Escape-Room-Game. Klar, wir sind im Oktober, da kommen natürlich jetzt viele Horrorspiele auch raus. Bandspace, das ist ein, wie ihr schon seht, ein Musik-Rhythmus-Spiel. Dann auf der Quest das absolute Burner-Highlight diese Woche, Batman Arkham Shadow. Ja, wie gesagt, das ist ein Pflichtkauf, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch für alle anderen Quest-Spiele, wie immer die 10%-Coupon-Links in der Beschreibung, damit ihr das alles spart. Hier zum Beispiel auch für Skystrikers, findet ihr alles in der Beschreibung im ersten angepinten Kommentar. Das hier ist so ein Arena-Spiel, so ein bisschen sportmäßig, wo man so einen Ball rumprügeln muss. Habe ich aber jetzt nicht gezockt noch. Vendetta Forever, das ist so ein bisschen wie superhot. Also man schießt auf jemanden und dann droppt er eine Waffe und dann wird man dann hin teleportiert, hat die nächste Waffe in der Hand, dann geht er immer so weiter. Finde ich eigentlich ganz cool, ist aber stressig. Könnt ihr auf meinem Kanal sehen, habe ich gezeigt. Und dann Bandspace auch für MetaQuest und auch für die PlayStation VR 2 Vendetta Forever. Und auch Whitewater VR Extreme Carjacking Adventure. Das ist so wie Carjack VR, nur halt ein anderes Spiel. Da muss ich mal gucken, das würde ich vielleicht auch noch zocken. Da hätte ich nochmal was für die PlayStation VR 2. Ich gucke mal, ob ich da Zugriff drauf bekomme. Ja, das waren die Releases diese Woche. Denkt dran, den 10% unbedingt sparen, wenn ihr Quest-Spiele kauft. So, schauen wir uns auch noch die Sales an. Auf der Quest kriegt ihr Zero-Kaliber 2, schöner Multiplayer-Shooter. Im Moment für 21,99, geht aber nicht mehr lange der Sale. Dann Little Cities, schöne Städtebausimulation, entspannt für 12,99. Findet ihr natürlich auch wieder in der Beschreibung die Links. Und dann Paper Beast auf Steam, schönes Abenteuer, 85%. Batman, Arkham VR, Vorsicht, das ist nicht Arkham Shadow. Das ist ein kurzes Experience-Spiel, das kriegt ihr 80% günstiger. Dann Propagation Paradise Hotel, schönes Horror-Action-Abenteuer, 50% günstiger. Dann auf der Playstation VR 2, No Man's Sky, kriegt ihr 60% günstiger. After the Fall, Zombie-Shooter, 50%, Fisherman's Tale. Das ganze Paket, also 1 und 2, kriegt ihr 50% günstiger. Dark Picture, Switchback VR, Horror-Rollercoaster, 40% und Ghost-Signal, Syllabus-Fight-In-Action-Strategie, Weltraumspiel, 40% günstiger. Ja, Leute, das waren die Weekly News. Links nicht vergessen in der Beschreibung. Und ja, schreibt mir auch gerne mal jeder einen Kommentar rein. Also das pusht ja auch immer so ein bisschen. Wir müssen ja zusammen das alles pushen. Ich brauche natürlich immer auch eure Hilfe. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Muti! 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 Bis zum nächsten Mal.